Hallo zusammen, ich bin Bora, mache die Lehre als Polymech bei Franke und heute stellen wir das Teil her. Los geht's! Wir bekommen Aufträge, die intern oder extern sind. Zudem gehören Drehen, Fräsen oder Bohren und ab und zu Teilmontagen. Am besten gefällt mir das Arbeitsklima. Das ist sehr positiv da und man hat eine sehr familiäre Stimmung. Auch unter den Lernenden, so wie mit dem Chef und dem Lehrmeister. Man kann ab und zu immer einen Witz rauslassen. Je nachdem steckt man auch wieder einen ein, aber das ist ein Muss. Dank meiner Ausbildung habe ich ein besseres technisches Verständnis, das mich im ganzen Alltag unterstützt. Man sollte ein gutes Vorstellungsvermögen haben, dass wenn man die Zeichnung bekommt, es sich schon das Endprodukt grob vorstellen kann. Ausserdem sollte man eine gute Mathe sein, weil man hauptsächlich viel berechnen muss. Ein handwerkliches Geschäft ist sowieso ein Muss. Wenn du eine super Grundausbildung haben möchtest mit Möglichkeiten und vielen Weiterbildungen, dann ist Polymech-Lehr genau für dich. Wenn du auch so coole Teile herstellen willst oder viel komplexere, dann bewirb dich doch jetzt bei den Franken. …